Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video, wo ich euch mal ein bisschen was erklären möchte zu YouTube, YouTube-Partnerschaft und Gewerbe. Ich verstehe etwas von Gewerbe durch meinen früheren Beruf, den ich leider nicht mehr ausüben darf durch gesunde Lehrkunde. Sicherheitsdienst habe ich damals ausgeübt und da muss man, wie alle, die auch im Sicherheitsdienst selber arbeiten wissen, muss man auch etwas vor dem Gewerberecht verstehen, es kommt mit in eine Prüfung rein. Da wird man dann von der IHK abgefragt und wenn das nicht sitzt, dann fällt man da durch mit Pocken und Trompeten. So, es geht, wie gesagt, um das Thema YouTube und Gewerbe. Ich verweise, weil ich nehme das Video als Erklärung, wieso ich dieses Video mache. Ihr kennt wahrscheinlich, ihr könnt rugeln, Rechte für, also Recht für YouTuber. Und dann dahinter ist der Doppelpunkt, muss ich ein Gewerbe anmelden. So, da wird es in, also fünf Minuten lang und breit erklärt, einfach bloß ja. Es kostet 20, 30 Euro und kann man beim Bürgeramt machen und man braucht ja nicht unbedingt Steuern zahlen, wenn man bis zu einem gewissen Betrag kommt. Das ist alles. Dafür brauchen die wahrhaftig fünf Minuten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es wird da einfach ausgelassen, dass wenn ihr das macht, dass ihr automatisch in der privaten Krankenversicherung landet. Weil, wenn ihr ein Gewerbe habt, geht der Staat davon aus, ihr verdient im Monat, weil ihr seid ja dann selbstständig, 2.000 bis 2.200 Euro, so ein Schnitt brutto. Das heißt, ihr könnt euch eine private Krankenversicherung leisten und ihr seid verpflichtet. Das wird in dem Video nicht gesagt. Ich habe da angerufen, das war vorgestern. Da habe ich angerufen und habe gesagt, erklärt mir doch mal bitte, wieso das da nicht gesagt wird. Da hat man gesagt, ja, es ist fünf Minuten, ich habe hier das Video gefunden. Ich habe da auch hingeschrieben. Es ist einfach viel zu wenig Zeit gewesen. So, wir gucken jetzt auf die Uhr. Es sind zwei Minuten 20. Es ist einfach so wenig Zeit gewesen. Ah ja, sehr interessant. Gut, der Mann am Telefon konnte nicht. Das ist auch nur einer, der annimmt und weiterleitet. Aber da waren halt die Zuständigen nicht da. So, ich habe mir auch noch andere Videos hingeschrieben. Da hat man mir auch gesagt, ja, wenn da irgendwas ist, schreiben Sie doch da bitte hin. Also, ich habe am 9.1. Da habe ich mir mal ein Video angeguckt. Das waren, weil ich habe mich auch für Gewerbe und so alles mal wieder ein bisschen interessiert. Was mir erst in Spanisch kam, ist, auch von denen, müssen sich in Florenza an alle Werberegeln halten. Ja, das weiß ich auch. Das wissen wir alle. So, da kam aber bei mir eine ganz große Frage, weil da hieß es permanent, ja, die, die Werbung machen, dafür bezahlt werden, muss man dazu sagen. Die müssen das deutsche Wort Werbung drin haben. Gut, denke ich mir, jetzt gucken wir mal alle Videos an, da steht immer bloß Product Placement. Ich sehe ja nicht das deutsche Wort Werbung und das muss so sichtbar sein. Man muss es nicht aufklappen müssen, um es zu sehen. Da habe ich dann E-Mail geschrieben, da ist die Frage und eine andere Frage noch. Die erste Frage war natürlich, viele schreiben in ihren Video Product Placement anstatt Werbung. Reicht das denn auch der Begriff Product Placement? Weil die sagen ja, nein. Komisch, ne? Da hätten sie ja auch sagen müssen, nein, das gilt nicht. Das erwarte ich eigentlich von einer Anwaltskanzlei. Dann die Frage darunter. Wie soll man denn beweisen, dass ein Video der eigenen Meinung repräsentiert und kein Product Placement ist? Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe auch einige Vergleichsvideos gemacht, beispielsweise Rode gegen T-Bone. T-Bone hat gewonnen. Das ist zwar auch ein Rode, aber das andere USB-Rode war nun nicht gerade der Hammer. Und ja, was ist jetzt, wenn welche kommen? Ja, und sie haben ja dafür Geld verdient. Und sie haben ja bestimmt mit dem und dem Vertrag. So. Kann man die auch bloß da hinweisen? Kann man sagen, hier, ich habe nichts, kann man die Konten offenlegen. Aber dann kann es ja trotzdem heißen, ja, wir glauben nicht, sie haben es trotzdem gemacht. Wie soll man das beweisen? Ich habe keine Antwort. Da dachte ich mir, okay. Danach den Tag. Danach den Tag habe ich dann das Video. Also es war abends, es war nachts, habe ich mir die Dinge angekickt. Also eins abends und das andere. Reste für YouTuber wieder. Muss ich einen Gewerber anmelden? Das ist halt das Video, was wir eben am Anfang hatten. Wo er gesagt hat, ja, und es ist ja so ganz einfach. So, da habe ich dann die Frage gestellt, was eigentlich auch viele interessieren würden. Weil das haut alles von vorne bis hinten hin. Es wird einfach so gut dargestellt. Ja, ihr habt YouTube, ihr macht euch selbstständig fertig. So leicht ist das nicht. Wenn ihr zum Beispiel, ihr geht jetzt mal davon aus, ihr habt bloß YouTube. So. Wovon könnt ihr eure Miete bezahlen? So, also gehen wir mal davon aus, man hat Hartz IV. Wenn ihr das nun macht, ihr eröffnet ein Gewerbe, sagt jedes Hartz-IV-Amt. Sie können ein Gewerbe eröffnen, ist egal, ob es bloß 30 Euro oder 20 Euro kostet. Dann sagt das Hartz-IV-Amt, wenn sie Geld für ein Gewerbe haben, dann brauchen sie keine Unterstützung. Das heißt, Hartz-IV weg. Das wird auch verschwiegen. Also, es wird verschwiegen, dass man automatisch in eine privaten Krankenversicherung fällt. Es wird verschwiegen, dass wenn bei Hartz IV, dass man da auch automatisch Anspruch verliert. Weil, mit Staatssing geht es davon aus, dass man 2000 oder höher Euro brutto verdient, um es zahlen zu können. So, das Nächste mit dem Thema Gewerbe. Wenn ihr das nun alt habt oder ihr sagt, okay, ist doch nicht so schlimm. Okay, wenn ihr genug Geld habt, dann macht das. Wenn ihr das aber macht, müsst ihr da sicher sein, beziehungsweise müsst ihr wissen, eine Privatversicherung wird von Jahr zu Jahr teurer, um 13 bis 20 Euro pro Jahr. Wird eine Privatversicherung teurer. Und das geht von 400 bis 500 und weiter hoch. So. Die meisten Preise sind für junge Erwachsene, 25. Ich persönlich bin 31. Ich kann auch in meinem Freund-Beruf nicht mehr arbeiten, gesundheitlich bedingt. Und wenn ich mir das jetzt mal ausrechnen würde, private Krankenversicherung, ich wäre weit, weit über 400 Euro. Aber sowas von weit. Könnt ihr denn zurück in die gesetzlichen Krankenversicherung? Nein. Und wenn ihr es schafft, dann habt ihr einen schönen Weg hinter euch und dann sage ich Respekt. Weil die gesetzliche Krankenversicherung sagt, okay, ihr habt euch ein Gewerbe aufgemacht, ihr seid in einer privaten Krankenversicherung, ihr habt ja so viel Geld. Wenn ihr zurück wollt, wieso sollen wir euch denn wieder zurücknehmen? Ihr habt doch woanders eingezahlt. Ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr überhaupt kein Geld habt und so, dass ihr, wenn ihr nach 4 kommt, dass das Arbeitsamt macht, beziehungsweise Jobcenter, auf die das schaffen, ist eine Frage für sich. Wenn nicht, zahlen sie halt die Privatkrankenversicherung weiter. Und eine andere Möglichkeit, die ich kenne, ist, wenn ihr jemanden heiratet, der in einer gesetzlichen Krankenversicherung drin ist, dann müsst ihr aber auch einen Hirnlauf absolvieren. Also ihr läuft permanent ein Looping und überwiegend wird aber dann gesagt, danke, das war's. Weil wenn ihr irgendwas habt, irgendwas oder ihr seid auch noch ein bisschen zu alt, sagen sie schon gleich nein. Bleiben sie mal schon da. Wird eigentlich grunlicherweise ja nie erzählt, ne? Es wird ja mal gesagt, oh, was für Vorteile das hat, aber was für Nachteile das hat, wird keiner erzählt. So. Ich mache es jetzt noch, äh, den Rest ganz kurz. Ähm, die letzte E-Mail habe ich heute von denen bekommen, dass man sich darum nicht kümmern kann, um meine Anfragen. Auch, wo ich gesagt habe, dass sie eine Menge vergessen. Und da hat man mir dann einfach einen Link geschickt. Ich könnte doch auf Fragen und Anwälte oder Anwälte und Fragen heißt das. Warte mal, ich kann euch das gleich sagen. Auf den Link, frag ein Anwalt, könnte ich doch da raufgehen. Die Seite kenne ich von gut vor einem Jahr. Rate ich ab, weil das ist wie ein Monopoly. Da müsst ihr Glück haben, dass ihr auch wirklich den richtigen erwischt. Es kann auch Gute geben. Ich habe da mal zweimal angerufen. Das ist schon über ein Jahr her. Ja, und da habe ich gefragt, ja, hier das und das Thema kennen Sie damals aus? Nö. Aber fragen Sie mal. Und die sagen ja, die sind für YouTuber, ne? Klasse. So. Jetzt zu meiner Erfahrung, ähm, wie auch schon am Anfang an gesagt, ich bin dann, habe halt gefragt. Man wollte mir anrufen. Vorgestern dachte ich mir, okay, bevor ich mir hier sonst wie lange sitze. Ähm, frage ich mal einfach so bei dem Finanzamt nach. So, also war ich denn gestern da drinne? Vorgestern habe ich es mir überlegt. Gestern war ich denn da. Und habe da angerufen. Habe gesagt, ja, hier, wie sieht es aus mit Gewerbe öffnen? Sagen Sie, ja, okay, komm so vorbei, kein Problem. Sag ich, okay. Habe einmal meine Daten mitgenommen. Äh, was ich seit YouTube beginne, beziehungsweise seit Donate, wie ich schon beginne und AdSense da habe. Habe halt mitgebracht, bin auch ziemlich fix rangekommen, innerhalb von zwei Minuten. Okay, ich war auch derjenige, der da so ziemlich da saß. Und da hat sie gefragt, so, was wollen Sie denn sagen? Ich würde gerne ein Gewerbe öffnen. Okay, was machen Sie denn? YouTube. Ich muss dazu sagen, es war eine etwas betagte Dame, der muss sich erst mal erklären, was das ist YouTube. Und sie hat gesagt, das ist ein Kanal im Internet, können Sie welche zeigen, was Sie spielen und so. Oder halt Tutorials machen, ne, können Sie mit angucken. Und damit kann man Geld verdienen? Ja. So. Dann hat sie gesagt, und wie viel haben Sie verdient? Da sei es, naja, mit noch die Donations-Buttons. Ging ja seit vorhin, ja, Mitte vorhin Jahr los, mit den Donations. Und da habe ich immer noch unter 10 Euro. Da habe ich auch etwas vorgelegt. Da hat sie gesagt, okay. Und da habe ich auch noch gesagt, bei YouTube bin ich Partnerschaftszeiten Mitte November. Da habe ich auch alles offensplittet, habe ihr auch alle Zettel gezeigt, wo alles schön ist, mit meinen Bankdaten, Bankkonto und, 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 und. So. Da hat sie dann gesagt, okay, wie viel schätzen Sie denn, verdienen Sie nächstes Jahr? Also dieses Jahr, ne, also 2018. Ich habe mir auch erst mal blöd angekickt, was heißt nächstes Jahr, es ist 18 Jahr 2018. So, hat sie, da hat sie, habe ich, zu der gesagt, wenn die Glück habe 20 Euro, da kickt sie mir ganz doof an und sagt, kriegen Sie aber kein Gewerbe. Mit 20 Euro können Sie kein Gewerbe öffnen. Und da hat sie recht. Weil, das geht schon mal gar nicht, schon rein finanziell nicht. Wenn ihr jetzt YouTube habt, ich zeige euch das mal bei mir. Ich habe jetzt mal mein YouTube-Ding offen. So, das ist, was ich vor heute, ja, von Mitte November gekriegt habe. Donation, habe ich alt, aufgedingst, da sind ungefähr 7 Euro noch was. Weil, äh, Tippie-Stream und so zieht ja auch was ab. Wovon werden Sie bezahlen? Da habe ich gesagt, ja, und da ist doch mit, mit, ähm, die Steuern und sonst was. Da sagt sie, ja, aber damit können Sie kein Gewerbe öffnen. Das geht nicht. Sie können nicht, mit einem Gewinn von 20 Euro können Sie kein Gewerbe öffnen. Es geht auch schon mal ganz allein gar nicht wegen die, naja, die Krankenversicherung, die private, ne? Ja, weil, wo ihr wollt, ihr pro Monat vier oder noch mehr, also 400, 500, 600 Euro plötzlich ausgraben. Das, was natürlich auch viele nie wissen ist, wenn ihr eine private Krankenversicherung habt, ihr zahlt permanent den Betrag ein. Wenn ihr krank seid, kriegt ihr zwar auch Krankengeld, aber nur, was ihr durchschnittlich verdient habt. Das heißt, ich habe, sagen wir mal so, ich habe jetzt durchschnittlich, machen wir jetzt mal zwei, 1,10 Euro verdient. So, geht jetzt ganzes Jahr so weiter. Ich würde jetzt in eine privaten Krankenversicherung gehen. Ich würde jeden Monat 400 Euro zahlen. Jetzt werde ich krank. Jetzt kriege ich aber pro Monat 1,10 Euro bloß, weil Durchschnitt, der Durchschnitt pro Monat ist 1,10 Euro. Das ist eine private Krankenversicherung. Schön, ne? Und da hat sie zu mir gesagt, ich brauche sowas, nee, ich würde mir überlegen, ob ich sowas wirklich möchte. Aber, nee, sie hat gesagt, da brauche ich nicht, sowas kriege ich auch nicht. Und da hat sie recht. So, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Lasst euch nicht auf den Arm nehmen, dass euch erzählt wird, dass ihr ganz schnell dahin rennen müsst und ihr müsstet machen. Ihr könnt es auch ganz einfach machen, so mache ich das. Ich habe da auch nachgeführt und hat gesagt, ja, ist auch ein Schema, kann man auch so machen. Ich habe ein extra Konto. Da laufen bloß die Donations und sonst was alles drauf. Und wenn dann mal das Finanzamt ankommt, sage ich, hier, ihr könnt das Konto haben. Ich habe alle Ausdrucke. Hier, habt ihr. Solange das nicht über ein paar hundert oder tausend Euro sind, ist das denen sowas von egal. Dann sagt ihr, ja, danke, dass ihr uns gezeigt habt. Wir können aber nichts absoppen. Ne? So, und für die, die Hartz IV haben, da habe ich mich auch mal informiert. Für die, die Hartz IV haben, sagt ihr eure Bearbeiterin, wenn ihr sowas habt, so ein AdSense-Konto, beziehungsweise auch was, so verdient. Und da hat mir mal eine Bearbeiterin gesagt, schön, dass man sagt, aber pro Monat ein, zwei Euro, ja, und was sollen sie damit? Aber man hat es angesagt. So war zur Impfung. Es kommt natürlich auch auf Bearbeiterin zu Bearbeiterin an. Man hat zu mir gesagt, sofern die Leute, die es haben, nicht um die 15, 16 oder 100 Euro pro Monat, ist denen das so ziemlich Jacke wie Hose. Aber trotzdem angehen. Ich habe ja auch mal alles vorgelegt, wie gesagt so, jetzt geben sie mir mal Auskunft. Wie wird das und das aussehen? Es ist halt interessant, ich kenne aus dem Privaten jemanden mit, ja, für ein Arbeitsamt und habe man so gefragt. Und sie hat es mir so erklärt. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Rent nicht gleich zum Bürgeramt und macht euch unglücklich. Informiert euch lieber bei dem Finanzamt. Die helfen euch weiter, die sind auch verpflichtet. Und rettet euch gleich zum Bürgeramt und macht das fest, weil wenn ihr das einmal habt, kommt ihr da nicht mehr raus. Und dann heißt es, ja, sie hatten doch, hätten sie vorher überlegen müssen. Ne? Gut, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.